Okay, Kalim, Payne, wir gehen rein, Digga, let's go. Kali. Bentley Drip ist in Deutschland echt krass angekommen dieses Jahr, ne? Jeder feiert Bentley. Ja, das geht direkt, ne? Das ist schon so, hä? Das ist schon der Weib, Digga. Das ist also wirklich das, wie geht reingang da, ey? Ja, Mann, Digga. Das ist geil, Digga, das ist geil. Wenn jetzt die Parts an, Digga, ist nice. Die Hook ist auf jeden Fall da, ne? Alter, jo. Nice. Boah, der ist schnell, der Song, ne? Irgendwie. Der ist schnell zu singen. Ich würde gerne wissen, wie schnell der Beat ist, aber ich bin nicht so tief drin, sorry, ey, alles gut. Nee, das ist klar, Digga, da würdest du sagen, wie viel BPM ist, oder? Ja, alles gut, danke. Der Rauch in die Luft, ich habe Feinde, ich geh drauf, wenn ich muss, ja, trage kein Palm Angels, weil ich trage keine Glock und die Hose dann Underworm so zutscht, ja. Ja, okay, kein Lebenssong der Woche, ne? Das wäre auch so. Jetzt hat er noch auch gerappt, dass er keinen Palm Angels trinkt, sondern nur Trap House hat er noch gerappt, ne? Ja, meine Whip ist anthrazit. Ja, und ich kill ohne Hennessy pur, denn der Schmerz sitzt abgrundtief. Baby, ich verteil deine Schmink auf dem ganzen Bett. Okay, Schmink auf dem ganzen Bett, Digga. Die Zweideutigkeit, Digga. Scheiß ich, Digga. Ich verstehe schon. Ich verstehe auf jeden Fall, was der Bruder meint. Nicht jeder versteht aber einfach. Romantisch. Wo du mich gar nicht kennst, ich guck in deine Augen, ich weiß, wer du bist, doch ich seh ein anderer Mensch. Geil, ist geil, ist geil. Der hat UFO geschlagen auf jeden Fall, ja. Ja, das ist ein guter Song auf jeden Fall. Der hat für mich UFO geschlagen, das Song, aber wir hören mal weiter rein, ehrlich. Hat Palace Kooperation mit Reebok, oder was, Alter? Das war Reebok-Zeichen, ne? Tauwe, Taukudi, Ivi, keine Ahnung was die ganze Zeit das Essen. Normalerweise sagt auch Dirty Spread. Zigga. Und Tangeray. Das Tangeray kenn ich nicht. Hier, warte. Ficke. Das hier. Hab ich schon getrunken? Ist es Alcool? Ja, ja. Ballad auf jeden Fall, ne? Okay. Hier und das die Mischung dazu. Schweppes. Okay. Ballad. Ist das korrekt? Ja, das ist echt sehr stabil, also gefällt mir gut, Digga. Kann man auf jeden Fall in den Playlist rein tun. Nehmen wir dich aber auch gerne durch, an die. Alles auf Sehen, Digga. Nimm keine Drogen. Er macht nur Spaß. Das ist Künstlerfreiheit. Künstlerische Freiheit. Vielleicht liegt es an dir, vielleicht liegt es an mir. Vielleicht liegt es an mir. Die Parts sind echt kurz, ne? Ja, ja. Sehr kurz, Digga. Ehrlich, sehr kurz. Aber die Hook finde ich sehr klasse, Alter. Das war ehrlich. Die Frauen auch. Sympathische Damen, Digga, ne? Hamburger Girl, sagt man, Digga, oder? Da muss man auf jeden Fall Hand geben und Hallo sagen. Links, rechts. Hand geben und in die Augen gucken, die Geschichte, oder was? Auf jeden Fall, immer, immer. Immer Frauen in die Augen gucken. Sympathisch. Ja, also geiler Song. Kommt auf jeden Fall bei mir in die Playlist rein, Digga. Hat mir gut gefallen, ja? Also besser als der von Ufo, finde ich, Digga. Dann würde ich ruhig ne 8 geben, ja. Verbände ne Pay in the Rave. Dann würde ich ne 8 geben. Ey, was sagt ihr von 1 bis 10 der Song? Ich sag, pff, auch stabile 7. Dann sag ich Ufo 6, der Song 7, ja. Ufo 7. Dann geb ich dem ne 7, Ufo 6, Digga. Was sagt ihr, Jungs, 1 bis 10, Digga, eure Bewertung? Ich hab gesehen, Angie. Ja, Angie. Der hat bei Capital Released. Das können wir auch mal angucken. Das kann ich nicht mehr sagen. Das kann ich nicht mehr geben.